Nein, tun wir nicht. Doch! Nein. Okay, tun wir nicht, gut. Warte, nichts machen. Hey! Warte, du bist zugebaut und dann machst du den Block kaputt und setzt da unten eine Fackel hin, okay? Ich hab keine Fackeln. Bau den Block mal ab. So, du musst die Fackeln dann einfach hier oben setzen und das ploppt dann raus, okay? Warte. Na, die du, ich baue mich hoch. Die, 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 die. Tralala, ist das schön. So, ich bin gleich oben. Dann kommen die hoffentlich. Das darf doch nicht wahr sein. Die sollen endlich verdammt nochmal kommen. Ja. Meine Meinung, so kannst du es runterlassen. Okay. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, das wird schon funktionieren. Nein! Du stirbst? Ja. Hast du die Fackel auch ganz nach oben gemacht? Ja, ich hab sie ganz nach oben gesetzt. Bist du tot oder nicht? Ich bin tot. Ah, ich bin oben. Hallo. Die Sachen liegen doch da jetzt aber nicht drin, oder? Ja, doch. Und sind unauffindbar und wurden in die Wand reingepresst, oder? Warte, ähm, lass das Wasser runter, ich spring runter. Und hol das Zeug. Ja, äh, hol du erstmal das... Es gibt manche Meldungen, da denkt man sich einfach nur... Facepalm. Ja, es war ein Minecraft-Bug. Das ist er immer. Janik, ich schubst mal, ich, äh... Lass dann einfach nachher Wasser runter, wenn ich sage... Nee, ich lass jetzt Spitzsacke runter. Du musst wirklich alles drumherum aufkommen und wirklich alle Sachen wiederbekommen. Das ist wichtig, ja? Ja. Ich weiß, was wichtig ist. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Ey, du hast die einfach ganz nach oben gemacht. Wieso hat das nicht geklappt? Ja, jetzt... Guck mal, die obersten Sachen sind... Äh, das oberste Gravel ist nicht... Äh, ist... Hä? Ah, meine ganzen Sachen ploppen mir gerade auf. Sehr schön. Gut, das ist gut, dass du die noch alle hast. Nein, das sind nicht alle Sachen. Okay, aber die meisten. Wichtigen. Ja, also meine Rüstungs... Also meine... Diamantbrustplatte und sowas ist weg. Nein, die sind nicht weg. Die sind da bestimmt... Irgendwo unter Wand. Ja, die sind irgendwo unter Wand. Die verstreuen sich doch so, wenn man stirbt, oder? Ja. Bau mal bitte, mach mal oben. Hast du irgendeinen Block? Ich bräuchte eine Schaufel. Warte, ich komm. Ich hab eine. Mehrere. Mach mal bitte oben einen Block zu. Ich lass jetzt Wasser runter, okay? Warte. Das ist aber alles offen jetzt. Ja, dann mach doch oben zwei Blöcke hin, dass es zu ist. Ja, ja. Warte doch. Ja. So. Sehr schön. Braver, Janik. Jetzt kommt wieder das. So. Ja, natürlich. Was hast du denn erwartet? So. Gut, ich bin da. Mach das hier auf. Kannst du mal... Naja, ich nimm die Schaufel. So, jetzt sind wir natürlich, äh, schutzlos. Ja. Absolut herrlich. Also, ich find den Rest nicht. Du hast... Was hast du denn alles? Äh, ich hab meine Waffe. Ich hab... Ach, warte mal. Das hab ich noch. Lava, einen von zwei Lava-Eimern. Das Schwert? Das Schwert hab ich. Ähm... Dein Diamantschwert. Ja, mein Diamantschwert hab ich. Okay. Nur meine Brustplatte geht mir ab. Und sonst hast du alles? Auch alle Eisenrüstungsteile? Ähm, die Schuhe fehlen auch noch. Oder? Ja. Dann zieh doch mal deine Hose an. Zieh mal alles an, was du schon hast. Das, was ich hab, hab ich angezogen. Ich glaub nicht, dass die so tief sinken. Hm. Nehmen wir mal an, durch einen kleinen Bug oder so, ähm... Verschwinden die Sachen in der Wand. Also, in... Im Boden. Und die sind nicht mehr aufzufinden. Was ist dann? Unter Kreml, äh... Recken. Aber wenn die Sachen weg sind... Die können doch nicht einfach weg sein. Wenn ihr unter Kreml... Können, sei... Unter Kreml, gestorben. Ja und, aber wir graben hier grad unten alles auf. Und hier ist nirgendwo etwas. Wir graben hier in der Umgebung den ganzen Dirt auf. Und alles mögliche. Und hier ist nichts. Janik, 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 Janik. Schock hier unten ins Wasser. Hier liegen deine Sachen. Das heißt, die sind unten. Sammel die mal auf. Schnell. Bevor die verstanden. Äh, Problem hat sich gelöst. Erklärt. Ihr habt das Zeug gefunden, oder? Nein, wir haben uns untercheatet. Ihr habt es gefunden. Okay. Dumme, die... Ja. Voll, ey. Gut, jetzt wirst du noch diese Löcher hier wegmachen. Ja. Ja, warum? Weil das zu unübersichtlich ist. Das erschwert denen das Ganze doch nur ein bisschen. Oder es erleichtert ihnen das Ganze, wenn die sich hier unten verstecken können. Obwohl, wenn wir Lava reinlaufen lassen, dann wieder nicht. Dann sitzen wir in der... Na, nicht in der Falle, aber... In der Falle. Nein, da hinten können sie raus. Jo. Warte, machen wir das mal. Ich schwimme nach oben. Ja. Okay. Und gebe dir von hier aus Deckung. Gut. Und du hast jetzt wirklich alles wieder? Ja, ich habe alles. Exzellent. Exzellente, perfekte. Äh, die kommen irgendwie nicht. Nein, die kommen wirklich nicht. Da haben wir sie schon eingeladen. Ja, und die kommen nicht. Die sind nur am Farmen. Und dann, wenn die einmal getötet werden, farmen die weiter. Auf immer und rum bezogen. Die sollen mal... Weiter, Mann, wir nehmen ja schon wieder drei Folgen auf. Wahrscheinlich sind schon wieder drei Folgen und die kommen nicht. Die sollen kommen, die müssen kommen. Aber die werden kommen. Irgendwann kommen die. Also es sind bestimmt drei Folgen und das Weizenpfeil ist nämlich schon wieder gewachsen. Ja. Sie haben ja gesagt, sie machen sich auf den Weg und Johnny macht da irgendwas Interessantes. Also, Leute, seid gespannt. Sie kommen auf jeden Fall irgendwann einmal. Ja, irgendwann müssen sie ja zwangsläufig mal kommen. Ja. Folge 300. Ja, es sind endlich da. Das Gute ist aber wirklich, dass sie auf jeden Fall herkommen werden. Es bleibt kein Zweifel, dass sie nicht kommen werden. Denn die müssen herkommen. Und sie haben auch gesagt, sie kommen so, sie brauchen noch ein wenig. Also kommen sie. Richtig? Ja, ich tue es immer noch auf den Feldern, ähm... ...sneeten, weil ich da immer, ähm... ...noch von den vorherigen Versionen gewöhnt war, dass, ähm... ...dann das Feld kaputt geht, wenn man drauf läuft. Hm. Weil bei der 1.8 war das ja noch so. Ja, so. Gut, das Eisen ist fertig, gebrannt. Wird langweilig. Ich glaube, ich bring mich mal um. Nein! Kannst du mir vielleicht mal das Schwarzpulver auch in diese Eckkiste geben? Das wäre sehr toll. In welche? In diese hier. Und du hast bestimmt auch noch Gravel, oder? Ja, in der Tat. Den auch mal in die Kisten, bitte. Ähm... Ja, gut. Wir müssen uns echt mal Themen raussuchen, wie die wir katschen können. Ja, also nach der Schule. Also nicht unbedingt sowas wie, was wir nach der Schule machen, weil das ist irgendwie ein ziemlich schwieriges Thema. Was aktuell mit YouTube abgeht. Die deutsche YouTube-Community. Was uns schon da so aufregt. Nein? Nicht? Okay. Nicht... Es ist auch ein richtiges Thema. Ja, vor allem auf YouTube. Ja, gerade dann. Ähm... Bob. Bei Babidi-Bab. Da sollen wir sie doch umgehen. Ja, wir finden die wahrscheinlich... Also die finden uns eher, wenn sie suchen wollen. Natürlich finden die uns eher, aber wie gesagt. Ich weiß auf jeden Fall durch einen Spoiler, durch die selbst. Also nicht ich wurde gespeuert, sondern... Die dachten, ich wurde gespeuert. Da meinten die, ich hab gehört, du wurdest gespoilert. Ähm, dass wir unter Wasser sind oder so. Naja, zumindest weiß ich, dass Johnny und... Ne, Imber und Rump eine Unterwasser-Basis haben. Aber die werden wir dann sowieso nicht finden, wenn sie im Meer sind und sich einfach irgendwo eingegraben haben. Weil das ist unmöglich, die zu finden. Außer wir krempeln das ganze Meer um. Aber das werden wir nicht schaffen. Dann brauchen wir ein paar Spaten. Ein paar Aquile und ein bisschen Aqua-Affinity-Helme und so. Ne, die werden wir auf jeden Fall nicht finden. Und was es mit Jamie und Johnny angeht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Naja, ich auch nicht. Ich glaub nicht, dass die noch da sind, wo wir mal im Flugzeug vorbeigeflogen sind. Keine Ahnung. Das wäre wenigstens ein Anhaltspunkt, aber ich glaub, dass... Sollen wir noch was ausbauen gehen? Sollen wir? Ja, dass hier mal ein bisschen was los ist. Ja gut, sollten... Aber ganz ehrlich, ich lass jetzt wirklich hier Wasser runter, okay? Okay. Ja, wir können sie einfach umholzen, wenn sie rauskommen. Da sind sie ja wehrlos. Oder ziemlich zumindest. Finde ich, ist auch eine gute Idee. Weil es soll sonst nicht wichtig sein. Warte, ich mach mir doch eine Eisenspitzhacke auf jeden Fall. Ich brauch auch noch eine neue Spitzhacke. Oh, und ich kann rot machen. So. Enchant, das wär's doch mal. Ja, genau. So für unendliche Lebensdauer oder so. Ja, das wär doch geil. Ja, natürlich. Warte, Eisen in den Ofen. Klatsch. Mach mal dein Eisen auch in den Ofen. Nee, warte. Doch. Hast du auf jeden Fall... Ja, mein Eisen hab ich schon in den Ofen gemacht. Ja. Äh, das ist... Da ist aber nur... Wo ist dein Eisen? Ist schon fertig gewesen? Das ist schon in der Giste, ja klar. Ah. Ja. Ja, das macht Sinn. Warte, ich sollte hier mal schwarz zu weinen. Was ich auf jeden Fall noch machen wollte, war ja meine Chessplate zu Enchanten. Ist die nicht schon Enchanten? Nein. Alles von mir ist Enchanten, außer die Chessplate. Also Schwerte ist auch Enchanten, aber noch nicht die Chessplate. Hm. Ja. Äh. Aber ich hab jetzt auch keinen Bock, das wieder aufzumachen. Und die Rüstung bringt ja eigentlich eh nichts bei den Waffen. Und die... Ich weiß, dass Jami und Johnny nur Waffen benutzen werden. Ja, die sind doch eh viel effektiver. Ja, sind sie einfach. Das war blöd mit diesem Waffenmod. Und ganz ehrlich, ich würde ihn das nächste Mal erst dran drauf machen, wenn er auch wirklich bei Rüstungen und so weniger Schaden macht als ohne Rüstungen. Weil das ist echt scheiße, dass wenn man eine Rüstung hat, dass er genauso viel Schaden macht wie mit ohne. Na gut, dann auf zum Spawn. Auf zum Spawn? Äh, ich mach grad ein bisschen Ziele. Ich versuch mal den... Okay, ich kann den Fall nicht sehen soweit. Okay, also auf zum Spawn. Ja, gehen wir zum Spawn. Warte, Knochen lass ich auch noch hier. So. Fein. Du weißt, hab ich genug Munition, sollte das auch sein. Jo, gut. Okay, mal. Warte, vielleicht lass ich noch ein bisschen was hier in der Kiste. Und Stack Cobblestone hab ich auch noch mit dabei. Sollten die hier oben seinen Zug bauen müssen. Was, äh, hoffentlich ja nicht geschehen wird. Gut, dann spring ich hier mal runter. Und platsch und auf zum Spawn. Warte, ich komm mit. Hui. Oh, ganz knapp neben den Rad gesprungen. Uiuiuiui. Gut. Dann erwartet zum Spawn geht's da lang. Laufen jetzt auch direkt ohne Umwege und Metzeln auch keine Kühe mehr ab, weil Essen haben wir genug. Ja, das auf jeden Fall. Jo. Was wollte ich noch machen? Dann mach ich das jetzt so. Und so. Perfekt. Gut. Ich bin so froh, dass du deine Sachen wieder hast. Das wär so ein Fail gewesen, wenn du deine Sachen wiederfallst. Oh, Eisen. Das lassen wir jetzt liegen. Nein. Ihr lasst das Eisen liegen. Nee, nee, komm. Das bisschen hab ich jetzt noch grad mitgenommen. Man kann die Büste mal wieder das wieder brauchen. Nö. Ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt sowieso gleich sterben. Achtung, nicht runterfallen. Au. Gut. Auf, hier geht's. Die Welt lädt nach. Die Welt lädt nach. So, so, so. Ähm, wir sollten mal vielleicht um die Berge rumgehen. Ich weiß nicht. Wo lang? Nee, wir gehen in die Berge rein. Na, logisch. Gut. Äh, du sneakst nicht mehr, weil du ja gestorben bist. Ist aber eigentlich auch egal, oder? Ja, schon. Obwohl, mach's, mach's mal lieber an, weil so, die sehen uns ja wirklich schon auf sehr weiter Entfernung. So, you are now sneaking. Okay. Ich hasse Caps Lock. Das ist schlimm. Wer hat denn das eingeführt? Warte, ich erschreck dir mal ein bisschen. Kill, vanish. Sieben kill vanish. Was ist das so zu denken? Warum sieben kill vanish? Ja, weil wenn ich slash kill vanish mache, dann würde ich sterben. Oder so. Ähm, Dominik, das funktioniert so nicht. Wenn ich slash kill vanish eingebaut, gibst du selbst. Das war ja nur ein kleiner Scherz. Das sieht man bei der Aufnahme. Ich hab einen kleinen Scherz gemacht. Schreibt's bei denen in die Kommentare, sonst glauben die uns nicht und denken, wir sind verrückt und unfair und cheat. Ich slash kill vanish, ganz gut. Mit slash. Ja, dann würde ich sterben. Weil wir nicht das Plugin hier drauf haben, Leute. Genau so dämlich sind die Leute, die anschreiben, ihr gebt doch einfach slash spawnen, wenn ihr zum Spawn wollt. Ja, nur bei dem entsprechenden Plugin. Hm. Ach ja, hier ist unsere erste Basis gewesen. Ich will da mal wieder rein. Nein, wir gehen jetzt zum Spawn. Ohne Wege. Vielleicht, ich möchte einfach trotzdem mal rein. Wo waren die? Die waren hier schon drin. Ja. Die haben uns hier schon gefunden. Also, wir haben das doch zugemacht, oder? Ja, haben wir. Das heißt, die haben uns hier schon gefunden. Wahrscheinlich durch einen Chunkbug, oder so. Vielleicht sind sie ja hier. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ja, vielleicht sind sie ja hier. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Jetzt noch unsere Workbench. Ja. Ich guck trotzdem mal nach. Ach, hier. Hey, meine Pilzfarm ist gewachsen. Ich hab hier eine Pilzfarm angelegt. Okay. Warte. Nehmen wir mit. Ja. Ja, okay. Pilzfarm bringen ja einiges, ne? Ja. Ja, dann... Und ich mach deine Pilze. Also, ihr sagt uns immer noch Bescheid, wenn du euch auf den Weg mach, richtig? Ja. Falls. Gut. Falls. Also, ihr wollt gar nicht. Ich will schon. Ja. So. So. Das muss jetzt sein, dieses Gen, weil, ähm, jetzt kommt gleich Action rein.